Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du deine kostenlose Vectorix Studentenversion ganz einfach bestellen kannst. Klicke zunächst auf den roten Button Studentenversion bestellen. Fülle das Bestellformular vollständig aus. Lade am Ende einen Nachweis über deinen Schüler- bzw. Studentenstatus hoch, um deine Version zu beantragen. Im Anschluss an deine Bestellung erhältst du eine Bestellbestätigung per E-Mail. Deine persönliche Seriennummer sowie den Link zum Vectorix Campusportal schicken wir dir nach spätestens ein bis zwei Werktagen zu. Im Campusportal findest du neben dem Download für die Vectorix Studentenversion auch zahlreiche Tipps und Tricks, Videotutorials und Bibliotheken für den erfolgreichen Einstieg in Vectorix. Übrigens kannst du hier auch deine persönlichen Daten bearbeiten und die Seriennummer deiner aktuellen sowie der Vorgängerversion einsehen. Wir wünschen dir viel Spaß in der Welt von Vectorix. Übrigens parts. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.